So kannst du die Daten, die Chrome von einer Website gespeichert hat, berücksetzen. Du siehst hier die Website lans-schlage.com und wenn ich die jetzt aufprobe, dann werde ich nicht mehr gefragt, ob ich die Cookies akzeptieren will oder nicht. Cookies und anderes, das sind ja Daten, die gespeichert werden vom Browser und um das jetzt quasi zurückzusetzen, kannst du im Chrome rechts auf die drei Punkte gehen, Einstellungen, dann gehst du auf Datenschutz und Sicherheit und jetzt ist es so ein bisschen komisch hier dargestellt, denn du musst jetzt erst auf Website Einstellungen, wird man vielleicht nicht direkt vermuten und dann ist es hier, das einzigste, was hier unten eigentlich kein Icon hat, nach Website sortierte Berechtigung und gespeicherte Daten aufrufen, dann gibst du hier ein, am besten die Website, Du siehst jetzt hier, hier hat es ein bisschen was gespeichert, wir gehen hier auf Löschen, Löschen, das ist weg und wenn ich jetzt hier ein Reload mache, dann fragt er mich neu nach den Cookies. Ja, so löscht du also die Daten, die Chrome von einer Website gespeichert hat, es gibt auch die Möglichkeit, alle zu löschen, aber manchmal will man das nicht, die Daten sind ja dann auch Anmeldedaten, ob man schon mal angemeldet war und so und meistens will man das ja nur für eine Website zurücksehen. Schau dir auch das nächste Video an, ebenfalls sehr interessant, wir sehen uns dort, mach's gut, bleib gesund, ciao. H Galveston H Galveston